Fitness mit Marc, Folge 51. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Wie viele Kalorien brauchst du am Tag wirklich? Wenn du das wissen willst, dann ist die heutige Folge genau das, was du brauchst. Vielleicht fragst du dich auch, ob du deinen Kalorienbedarf überhaupt berechnen oder bestimmen musst, um Fett abzubauen oder Muskeln aufzubauen. Auch diese Antwort bekommst du gleich. Also, so viel vorweg. Musst du deinen Kalorienbedarf berechnen? Brauchst du diese Formeln, wenn du Fett abbauen oder Muskeln aufbauen willst? Einfache Antwort? Nein, brauchst du nicht. Der Weg über die Kalorienbilanz ist ein möglicher Weg. Das kritische Element sind nämlich nicht die Kalorien selbst, sondern das kritische Element liegt eine Ebene darüber. Denn die Idee ist, dass du ein Feedback-System etablierst. Du brauchst ein Feedback-System und du brauchst ein Ziel. Und anhand des Systems kannst du dann zielorientiert Entscheidungen treffen, die dich näher an dein Ziel bringen. Und das Bestimmen der Kalorien und wie viel du verbrauchst, wie viel du aufnimmst, das ist ein Weg, so ein Feedback-System zu etablieren. Es geht also vielmehr darum, dass du die Idee, die hinter der Kalorienbilanz steckt, verinnerlichst. Diese Idee haben wir ja schon in der Folge 33, Möchtest du schnell abnehmen, ist der Titel, durchgesprochen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, kein Thema. Du kannst es jetzt nachholen. Du kannst es aber auch später nachholen. Du wirst Fortschritte machen, wenn du die Idee, die hinter der Kalorienbilanz steht, verinnerlicht hast. Wenn du die Portionen, die du isst, bewusst wahrnimmst und auf Basis deiner wöchentlichen Ergebnisse dieses Feedbacks anpasst. Das Kalorienmodell ist so ein Feedback-System und es funktioniert für sehr viele Menschen gut. Und genau darum geht es heute. Du bekommst Antworten auf vier Fragen. Erstens, warum solltest du deinen Kalorienbedarf überhaupt berechnen? Zweitens, was beeinflusst deinen täglichen Kalorienverbrauch? Drittens, ich gebe dir vier Möglichkeiten, mit denen du deinen Kalorienbedarf bestimmen kannst. Und viertens, wenn du deinen Kalorienverbrauch kennst, wie geht es weiter? Die Idee hinter diesem Podcast und hinter der Markformel ist, dass du so wenig rechnen musst wie möglich. Deswegen gebe ich dir heute ein paar Faustregeln mit, ein paar einfache Regeln. Und wenn du es gerne genauer magst, dann kannst du auch mehr ins Detail gehen. Es kommt darauf an, was für ein Typ du bist. Und mein Ziel ist, für jeden Typ hier was mitzugeben. Ich komme zur ersten Frage. Warum solltest du deinen Kalorienbedarf überhaupt berechnen? Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, Kalorien spielen überhaupt keine Rolle. Das zu glauben, wäre trügerisch. Denn ja, es stimmt, eine ausgewogene Ernährung ist viel mehr als nur Kalorien zählen. Die Qualität deines Essens ist extrem wichtig. Das heißt, wenn du alle Nährstoffe, die dein Körper braucht, über eine gesunde Ernährung bekommst, dann wirst du deine Kalorienbilanz automatisch begrenzen. Wenn du deinen Körperbau verändern willst, wenn du zum Beispiel weniger Fett haben möchtest oder mehr Muskeln aufbauen, dann spielen die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe eine Rolle. Erinnern wir uns, was sind Makronährstoffe? Das sind die drei Stoffe. Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Mehr dazu in Folge 10, 12 und 14. Und Mikronährstoffe, das sind Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Auch das hatten wir in vielen Folgen schon mal angerissen. Das alles ändert aber nichts an der Tatsache, dass du nur dann Fett abbaust, wenn du ein Kaloriendefizit herstellst und umgekehrt natürlich nur dann Muskeln aufbaust, wenn du einen Kalorienüberschuss herstellst. Und wenn du gar kein Feedbacksystem verwendest, dann ist das so wie nach Gefühl Autofahren. Das kennst du wahrscheinlich auch, kommst von der Autobahn runter und auf einmal kommen dir 50 Kilometer pro Stunde unglaublich langsam vor. Aber wenn du gerade erst losfährst, dann ist es ganz anders. Und genauso ist es auch bei unserem Thema. Wenn du kein Feedbacksystem verwendest, dann wird nackt gut aussehen zum Lottospiel. Woher willst du denn sonst wissen, dass das, was du jeden Tag tukst, weil du strengst dich an, du gehst ins Studio und so weiter, woher willst du wissen, dass das wirklich Früchte trägt? Wenn du deinen Kalorienverbrauch jetzt kennst, wenn du deine Ernährung im Blick hast und deinen Körperbau verfolgst, dann ist das ein sehr effektives Feedbacksystem. Es ist ein System, das dir objektiv sagt, ob das, was du tust, wirklich funktioniert. Und du lernst sozusagen im Vorbeigehen Dinge über deinen Körper, über dein Training, über das, was du isst, die dir ein Leben lang helfen können, schlank zu bleiben. Ich vergleiche diese Methode mal ganz gern mit einem guten Paar Laufschuhe, wo dir viele gesagt haben, zum Beispiel dieses Essex-Modell gefällt mir total gut, ich laufe damit immer und habe neue Bestzeiten erreicht. Aber um zu sehen, ob dir diese Schuhe auch passen, ob sie dir gefallen oder auch helfen, solltest du sie eine Zeit lang anprobieren. Also bevor wir gleich darauf gehen, wie du deinen Kalorienbedarf überhaupt berechnest, möchte ich nochmal kurz ein paar Grundlagen durchgehen. Das ist eine kurze Wiederholung von Folge 34, da gehe ich nochmal richtig ins Detail. Was beeinflusst deinen täglichen Kalorienverbrauch? Hier nochmal die Übersicht. Es sind sechs Elemente. Erstens dein Grundumsatz. Zweitens der thermische Effekt von Lebensmitteln, also das, was du isst. Drittens Bewegung im Alltag, also alle Art von Bewegung von gestikulieren über kurz aufstehen, hinsetzen bis hin zu spazieren gehen, alles was kein Sport ist. Die letzten drei Elemente sind die Sportelemente Krafttraining, Kardiotraining und der Nachbrenneffekt, der durch eine hohe Belastung ausgelöst wird. Mehr dazu, wie gesagt, in Folge 34. Heute möchte ich da nochmal anknüpfen und wir sind in Folge 34 in die Qualität gegangen. Also was sind diese vier Elemente und heute möchte ich mit dir über die Quantität reden. Es gibt verschiedene Verfahren, um diese Zahlen rauszukriegen. Die erste Variante ist die absolut genaueste, aber es ist natürlich auch, wie so häufig, auch die aufwendigste. Dazu gehst du ins Labor und lässt dich untersuchen. In der Wissenschaft wird der Kalorienverbrauch meist genauso gemessen und zwar in Form von Wärme, das nennt sich dann Kalorimetrie, oder eben indirekt über deine Atemluft. Das wäre die Spirometrie. Wie gesagt, sehr präzise, aber auch sehr aufwendig. Variante 2, Aktivitätstracker. Die meisten Fitnessarmbänder versuchen deinen Leistungsumsatz, also Bewegung im Alltag, Krafttraining, Kardiotraining und Nachbrenneffekt, aufgrund deines Bewegungsprofils zu berechnen, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Faustregel, weil auch hier tut sich sehr viel am Markt. Guck einfach mal, wie ist das Gerät aufgebaut. Wie viele Faktoren gehen in die Messung ein? Je mehr Faktoren eingehen, desto genauer ist der ermittelte Wert meistens. Heute gilt für die meisten Tracker, die am Markt sind, kannst du diese Kalorienangaben getrost ignorieren. Die sind einfach viel zu ungenau. Die einzige Ausnahme, die ich bis heute kenne, ist das Sensewear Armband oder Bodymedia Armband, das man als Import bekommt hier in Deutschland. Misst sehr genau, hat aber auch seinen Preis. Dann gibt es seit einiger Zeit die Apple Watch. Wie genau die ist, kann ich dir noch nicht sagen. Dazu habe ich noch keine Messergebnisse. Es kann sein, weil die schon mehrere Werte misst. Die misst den Puls, die misst ein Bewegungsprofil, dass die etwas genauer ist als zum Beispiel ein Aktivitäts-Tracker wie der Fitbit, der nur das Bewegungsprofil misst. Möglichkeit 3 ist die Näherung über Formeln und darum geht es auch heute. Es gibt unterschiedliche Formeln, die alle auf statistischen Untersuchungen beruhen und deinen Kalorienbedarf mit unterschiedlicher Genauigkeit annähern. Meist werden dabei bestimmte Rahmenwerte wie zum Beispiel Mann oder Frau, wie viel wiegst du, wie alt bist du, wie hoch ist dein Körperfettanteil oder wie groß bist du berücksichtigt. Und tatsächlich funktionieren einige dieser Formeln in der Praxis wirklich gut. Darum geht es heute, die Näherung deines Kalorienbedarfs über solche Formeln. Das ist die Methode, die ich im Coaching verwende. Sogleich bekommst du von mir vier verschiedene Formeln. Diese Formeln geben dir eine Idee davon, wie viel Energie du jeden Tag benötigst. Und wenn du dich nochmal an Folge 27 erinnerst, dann sind diese Folgen ein Teil des Startpunkts, von dem du aus deine Flugroute planst, zu dem Ziel, wo du hin willst. Nackt gut aussehen. Du solltest wissen, keine noch so gute Formel wird dir Werte liefern, die bis auf die Nachkommastelle genau sind. Auch die vier Verfahren, die ich dir jetzt vorstelle, sind unterschiedlich genau. Und das wirst du auch gleich sehen und ich sage das auch noch dazu. Aber jede Formel ist dazu geeignet, dass du anfängst. Also hör sie dir einmal an und entscheide dich für ein Verfahren, mit dem du jetzt entspannt durchstarten kannst. Und zwar so. Erstens, du berechnest deinen Kalorienbedarf. Zweitens, das Ergebnis ist deine Baseline für deinen Kalorienverbrauch. Und von dort aus planst du deine Flugroute. Unterwegs kannst du ja jederzeit noch nachjustieren. Das Thema mit der Flugroute, wie gesagt, in Folge 27. Dort gehen wir noch mal ins Detail. Ich starte jetzt mal mit der einfachsten Formel und gehe dann zu den genaueren, aber auch etwas aufwendigeren Formeln. Alle Formeln plus auch ein Rechner, um deinen Bedarf nachzurechnen, findest du bei mir in den Shownotes marathonfitness.de-podcast und dann auf Folge 51. Formel Nummer 1. Ich nenne sie mal die grobe Hausnummerformel. Diese Formel kannst du dann verwenden, wenn du nur eine grobe Schätzung haben willst von deinem Kalorienverbrauch und wenn Mathe noch nie zu deinen Lieblingsfächern gehörte. Berücksichtigt nur das Geschlecht. Wenn du abnehmen willst und ein Mann bist, dann kannst du mit so einem Bedarf von 2.100 bis 2.500 Kalorien am Tag rechnen. Wenn du als Mann dein Gewicht halten willst, 2.700 bis 2.900 Kalorien am Tag. Und wenn du Muskeln aufbauen willst, dann ist eine gute Hausnummer 3.100 bis 3.500 Kalorien am Tag. So zu den Ladies, wenn ihr abnehmen wollt, 1.400 bis 1.800 Kalorien am Tag. Wenn du dein Gewicht halten willst, 2.000 bis 2.100 und wenn du aufbauen willst, 2.300 bis 2.700 Kalorien am Tag. Jetzt kannst du dir denken, das ist relativ grob, reicht aber um zu starten. Jetzt wird es ein bisschen genauer. Die, ich nenne sie auf die schnelle Formel, 2. Formel. Diese Formel kannst du verwenden, wenn du eine grobe Schätzung willst, die schnell berechnet ist. Diese Formel berücksichtigt nur dein Körpergewicht. Das Geschlecht berücksichtigt sie nicht. So wenn du abnehmen willst, dann rechne Körpergewicht mal 22 bis 26 Kalorien. Gewicht halten, 31 bis 35 Kalorien mal Körpergewicht. Muskeln aufbauen, 40 bis 44 Kalorien mal Körpergewicht. So jetzt stellst du natürlich fest, okay das ist eine Range von bis. Wenn du dich wenig bewegst, nimmst du den unteren Wert. Wenn du dich sehr viel bewegst, nimmst du den oberen Wert und wenn du dich so mittelmäßig moderat bewegst, nimmst du den mittleren Wert. Moderat wäre in dem Fall vielleicht dreimal Training die Woche. Ich komme zur nächsten Formel und das ist auch eine Formel, die ich zum Beispiel im Coaching verwende und die sehr gut funktioniert. Damit kannst du deinen Kalorienverbrauch relativ genau berechnen und du brauchst noch nicht mal deinen Körperfettanteil zu kennen. Nennt sich Mifflin-Saint-Jean-Formel. Es gibt verschiedene Algorithmen, um den Grundumsatz, also wie viele Kalorien du in Ruhe verbrauchst, zu berechnen. Diese gehört zu den neuesten Verfahren und auch zu den genauesten Verfahren. Berücksichtigt dein Geschlecht, deine Größe, dein Alter und dein Körpergewicht. Im ersten Schritt berechnest du mit dieser Formel den Grundumsatz. Die Formel selbst erspare ich dir jetzt. Das ist eine mathematische Formel. Ich gebe dir nur mal ein Beispiel, dass du eine Größenordnung hast. Zum Beispiel eine Frau, die 29 ist, 1,70 groß und 60 Kilo wiegt. Die hätte mit der Mifflin-Saint-Jean-Formel einen Kalorienverbrauch von 1.357 Kalorien am Tag. Nachrechnen kannst du das alles in den Shownotes. Da ist auch ein Rechner. Da musst du deine Daten eingeben und der spuckt dir das Ergebnis aus. Dann hast du den Grundumsatz. Den multiplizierst du mit einem Aktivitätsfaktor. Das geht von wenig aktiv über leicht aktiv bis moderat, sehr aktiv und extrem aktiv. Und der Faktor ist dann 1,2 bis 1,9. Wenig aktiv wäre gar kein Training, überwiegend sitzend. Moderat aktiv wären drei bis fünfmal Training die Woche. Extrem aktiv, Leistungssport. Eine detailliertere Beschreibung dieser Aktivitätsfaktoren findest du in den Shownotes. Da ist eine Tabelle, wo du ganz genau nachlesen kannst, wie du dich einordnest. Wichtig zu wissen ist, dieser Aktivitätsfaktor beinhaltet sämtliche Aktivitäten, also alle Tätigkeiten, mit denen du deinen Tag vom Aufstehen bis zum Zubettgehen und vielleicht auch, wenn du schon im Bett liegst, verbringst. Das heißt Krafttraining, Kardiotraining, Arbeiten, Sport, Spazierengehen, Hausarbeit und alles, was du sonst noch tust. Das heißt auch, dass du den Kalorienverbrauch beim Sport nicht extra tracken musst. Diesen Zweck erfüllt hier der Aktivitätsfaktor. Tipp an der Stelle noch, wenn du Fett abbauen willst und dir nicht sicher bist, welchen dieser fünf Aktivitätsfaktoren du verwenden solltest, nimm einfach den niedrigeren. Die meisten Menschen neigen dazu, ihren Kalorienverbrauch eher zu überschätzen, als das, was sie eben täglich essen zu unterschätzen. Und den meisten Menschen hilft es, wenn sie hier ein bisschen konservativer rangehen. Schritt drei wäre dann, dass du diesen Aktivitätsfaktor, den du bestimmt hast, mit dem Grundumsatz von der Formel multiplizierst. Das wäre jetzt in unserem Beispiel. Wir hatten ja berechnet bei dieser 29 Jahre alten Frau, die verbraucht 1357 Kalorien am Tag. Nehmen wir mal an, sie ist moderat aktiv. Drei bis fünfmal Training pro Woche. Dann wäre ihr Aktivitätsfaktor 1,55. Und das beides multipliziert, gibt einen Kalorienbedarf von 2100 Kalorien am Tag. Ich weiß, da ist ein bisschen Mathematik mit drin, aber du kannst dir das Ganze auch ausrechnen lassen, wenn du bei mir auf die Seite gehst in den Shownotes. So, und dann möchte ich dir noch eine weitere Formel vorstellen. Das ist die Catch-McArdle-Formel. Diese Formel kannst du verwenden, wenn du eine möglichst genaue Berechnung deines Kalorienbedarfs anstellen willst und neben deinem Körpergewicht auch deinen Körperfettanteil kennst. Diese Formel liefert in der Praxis meist die genauesten Werte, weil sie eben deinen Körperfettanteil berücksichtigt und dadurch dein mageres Körpergewebe einschließt. Muskeln sind eben sehr stoffwechselaktiv. Nur ältere Menschen sollten das Ergebnis korrigieren, weil hier das Alter nicht mit reingeht. Es geht nur das Magergewicht und der Körperfettanteil rein. Ältere Menschen haben meistens ein bisschen zu hohen Wert dadurch. Wer also die 50 bereits überschritten hat, kann das Ergebnis um fünf bis zehn Prozent nach unten korrigieren oder alternativ eben die Mifflin-Sent-Jaw-Formel nehmen, die ich dir eben vorgestellt habe. Das Prinzip hier beim Rechnen ist genau das gleiche. Du berechnest mit dieser Formel deinen Grundumsatz, multiplizierst ihn dann mit einem Aktivitätsfaktor und hast dann am Ende deinen Kalorienbedarf. Auch diese mathematische Formel erspare ich dir. Du findest sie in den Shownotes. Ich gehe es nur einmal mit dir am Beispiel durch. Nehmen wir die gleiche Frau, 60 Kilo schwer. Alter spielt hier ja keine Rolle. Nehmen wir an, sie hat einen Körperfettanteil von 20 Prozent. Dann hätte sie einen Grundumsatz von 1407 Kalorien am Tag. Das heißt, im Vergleich zur anderen Berechnungsmethode, zur Mifflin-Sent-Jaw-Formel, wären es hier sogar 50 Kalorien mehr. Da siehst du auch schon ungefähr in dem Bereich ist hier so die Ungenauigkeit. So, dann nehmen wir den Aktivitätsfaktor 1,55. Das ist genau das gleiche wie eben. Multiplizieren das und dann kommen wir hier auf 2181 Kalorien am Tag. Also knapp 2200. Also ungefähr eine Abweichung von 100 Kalorien zur anderen Berechnung. Und ja, das sind ungefähr fünf Prozent. So, Schritt ist abgehakt. Du kennst deinen theoretischen Kalorienverbrauch, den du errechnet hast. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe ja schon gesagt, dein errechneter Kalorienverbrauch ist deine Baseline, mit der du startest. Sobald du diesen Wert hast, brauchst du deinen Kalorienverbrauch nicht permanent neu zu kalkulieren. Am einfachsten ist es, wenn du deine Kalorienaufnahme anhand deiner wöchentlichen Fortschritte nachjustierst. Das heißt, du brauchst das eingangs erwähnte Feedback-System. Dazu gehört, dass du deinen Körperbaum misst, sprich dein Gewicht, Körperfettanteil, auch Fotos empfehle ich hier und vielleicht auch ein Ernährungstagebuch führst, deine Kalorien trackst. Bevor du mit diesem ganzen Kladderadatsch loslegst, solltest du unbedingt ein klares Ziel vor Augen haben. Und zwar ein Ziel, das dich wirklich begeistert. Wie das funktioniert, das zeige ich dir in meinem kostenlosen E-Mail-Kurs. Den bekommst du bei mir auf marathonfitness.de. Dort ist oben rechts eine blaue Box, da kannst du dich eintragen. Und dann werde ich dir in den nächsten zwei Wochen mit mehreren Mails zeigen, wie du dir ein Ziel setzt, das dich wirklich begeistert und das dich auch glücklich macht. Es ist eine gute Idee, wenn du deinen Kalorienbedarf nochmal nachberechnest, wenn du einen Meilenstein erreicht hast oder ein größeres Ziel erreicht hast. Oder auch, wenn du eine Trainingsphase beendest, zum Beispiel, du wolltest Fett abbauen, du sagst, okay, ich bin an meinem Ziel angekommen und jetzt will ich Muskeln aufbauen. Dann ist ein guter Zeitpunkt, um deinen Aktivitätsfaktor nachzujustieren und den Kalorienverbrauch neu zu berechnen. Meine Empfehlung, setz dir vielleicht auf die Show Notes einfach einen Bookmark. Dann kannst du jederzeit zu diesem Artikel zurückkommen, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist. Jetzt kommt es darauf an, was dein Ziel ist. Willst du abnehmen oder willst du Muskeln aufbauen? Falls du jetzt sagst, ich will beides, dann sage ich dir, verstehe ich sehr gut und es ist keine Idee, zwei Hasen gleichzeitig zu jagen. Mehr dazu in Folge 39 und in Folge 42. Wenn dein Ziel Fettabbau ist, dann solltest du ein Kaloriendefizit herstellen von etwa 10 bis 30 Prozent. Frauen dürfen hier etwas vorsichtiger sein, also eher so 10 bis 20 Prozent. Und auch wenn du bereits einen niedrigen Körperfettanteil hast und schon sehr schlank bist, dann solltest du etwas konservativer vorgehen. Warum das so ist, dazu gehe ich in zukünftigen Podcasts nochmal ein. So, was ist jetzt, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann kannst du ein Kalorienplus von etwa 10 bis 30 Prozent anpeilen. Auch hier, wenn du möglichst wenig Fett ansetzen willst, würde ich eher mit dem unteren Wert beginnen und je nach Fortschritt Anpassung nach oben machen. Und das war es auch schon für heute. Glückwunsch! Nun hast du deinen Startwert für dein Kalorienziel. Du kennst jetzt vier Formeln, mit denen du deinen Kalorienbedarf berechnen kannst, für die analytischen unter uns. Und wenn du dich dazu zählst, willkommen an Bord, ich bin auch so jemand, dann liefert die Mifflin-St. Shaw-Formel und die Catch-McArdle-Formel die präzisesten Werte. Und wenn du dich fragst, ob du den Kalorienbedarf und Kalorienaufnahme überhaupt alles berechnen musst und tracken musst, nein, du musst es nicht. Es ist ein möglicher Weg, der für viele Menschen sehr gut funktioniert. Denn was du verstehen willst, dein Erfolgsgarant sind nicht die Kalorien, sondern das Feedback-System, das du etablieren darfst, damit du dann gute Entscheidungen treffen kannst. Entscheidungen, die dich deinem Ziel jede Woche ein Stück näher bringen und die dich vor allen Dingen auf dein Ziel ausrichten. Kalorien zählen ist so ein Feedback-System. Aber auch wenn du keine Kalorien trackst, solltest du die Idee der Kalorienbilanz kennen und ernst nehmen. Zum Beispiel, indem du die Portionsgrößen deiner Mahlzeiten bewusst wahrnimmst und sie auf Basis deiner wöchentlichen Ergebnisse anpasst. Solange du das berücksichtigst, kannst du die besten Fortschritte erwarten. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.